Hey Monschi! Moin moin! Dein Tipp für Schülerbands, die groß werden wollen? Äh, anfangen. Welche Farbe hat dein Sofa? Rot. Was ist geiler, Club-Gig oder ein Festival mit Tausenden? Kann man nicht sagen. Manchmal geil, manchmal scheiße, beides. Ganz schnell, deine drei Lieblingsbands? Udo Lindenberg, Die Prinzen früher und... Oh Gott, ich höre gerade Pulp Fiction, aber das ist keine Band. Pulp Fiction, wie heißt das? Film. Filmmusik. Finde ich geil. Stehst du auf Weichspüler? Äh, jetzt. Ja. Was ist für dich Punk? Äh, Leute, die nicht darauf abgehen, wenn man kein Punk ist. Wer ist der Kleinste bei euch in der Band? Ich glaube Olaf. Was heißt für dich zu Hause? Äh, Familie, Freunde, Ostsee, ja. Erdbeerenleber mit feiner Sahne oder keiner Sahne? Keine Sahne. Macht dick. Welche Sahne hättest du gerne erfunden? Welche Sahne? Welche Sache hättest du gerne erfunden? Äh... Ich hätte gerne... Ich weiß nicht, wie das heißt. Das Ding sozusagen, dass ich ganz schnell von einem Ort zum anderen bin. Nicht Zug, nicht Auto. Beamen. Beamen. Ich würde gerne beamen können. Der beste Mädchenvorname? Skadi. Das ist meine Michte. Lieber auf Tour oder im Urlaub? Ah, Touren ist hammergeil. Urlaub ist aber auch mega geil. Und natürlich ist das gar kein Unterschied. Nee, aber... Touren ist oberaffengeil. Wie heißt dein WLAN? Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Technik. Das macht meine WG-Bewohner. Der ist der Technik-Nerd. Ich glaube, früher war es Eu Saufen Eu. Und das Passwort? Bier oder Gin Tonic? Äh... Kürschaftsschorle. Und wie sieht dein Gesicht aus, wenn du derbe abknutscht? Ich weiß es nicht. Ich hab noch nie den Spiegel geküsst. Ich glaube, ich seh nicht so elegant aus. Kommt noch was? Irgendwas? Danke.